recht herzlich willkommen zur 28 folge von stelares ja wir sind unterwegs und da oben noch was zu erforschen hier da haben wir schon unsere flotte in richtung warte mal die sind sogar schon hier vor ort oder wie sehe ich das second strike force und das ist das forschungsschiff dann gehen wir doch mal gerade in das system das ist gar nicht unser forschungsschiff dessen fremdes forschungsschiff so ok holt grad sagen passt doch nicht dass man die war noch nicht da hier das ist unser forschungsschiff system erkunden jetzt nur die frage aber da vorbeikommen weiß ich noch nicht müssen wir mal gucken und was wir auch tun sollten ist gleichzeitig auch das konstruktionsschiff dahin zu holen weil macht keinen sinn da dann nicht was aufzubauen wenn es geht warum kann man da nichts bauen also weil noch nicht erkundet ist aber wir bewegen das da schon mal hin er sieht aus als ob das durchs halbe universum geht okay dann ist das geklärt ja wir müssen hier noch weitermachen aber hier erst mal hier unten das ist knapp das wissen wir schon sieht nicht gut aus negative bilanz haben wir auch ist klar wo war das also das sind die unruhen auf was unserem planeten in aktives gebäude ist auch da mal zu wenig leute hier sind was haben wir als letztes okay da gibt es irgendein problem regierung reformieren tja was ist das was da gemeint war mit dem button da oben demokratische oligarchisch oligarchisch diktatorisch oder imperial okay einfluss 250 können wir sowieso nicht machen weil wir kein geld dafür haben so sieht's aus kann weg lassen wir laufen die ganze zeit laufen lassen können nova konstantinopel wohnbarkeit 0 prozent ok was ist jetzt nicht angreifen brauchen wir nicht an weg grenzen geöffnet aha die haben uns die grenzen geöffnet da ist es genauso das winzer kann zu ja das ist nicht betrifft uns nicht direkt selber für traditionen ok kenne ich gar nicht ausbereitung so jetzt müssen wir erstmal eine pause machen und hier reingucken äh ja tradition da würden wir uns weiter ausbreiten ne griff nach den sternen ok harmonie wohlstand entdeckung diplomatie vorherrschaft ausbreitung dominierung wohlstand unser ziel wäre wahrscheinlich sogar wohlstand ne baukosten schiffe und baukosten planetar das ist jetzt nicht das entscheidende das brauchen wir auch nicht das ist auch nicht ok ok hört sich alles toll an aber anführer lebenszeit unruhe wird auch an unserem plenum minus und das wäre jetzt momentan ganz wichtig wissenschaftsabteilung das ist ein fehlschlagrisiko eigentlich müssen wir wirtschaftlich besser werden verwohnbarkeit erhöht um plus 10 das könnte es schon eher sein und was haben wir hier noch schadensbonus planet abtreten schiffsbaugeschwindigkeit also das einzige was ich jetzt hier sehe ist das hier bewohnbarkeit erhöht um plus 10 also das wäre das was ich jetzt annehmen würde ist das dann beides so tradition annehmen ja so dass 0 von 5 dann so und das weiß ich jetzt müssen wir wieder sammeln wahrscheinlich 121 monate wow gut ok haben wir das jetzt müsste man hier reingucken ob das bewohnbarkeit irgendwo einen sinn ergibt hatten ja welche mit 30 prozent irgendwo die für uns nicht bewohnbar waren jetzt die frage ob das hier irgendwo dann was bringt hier ist jetzt zum beispiel bewohnbarkeit 30 aber es steht immer noch nicht dass wir es können spezialprojekt ist abgeschlossen eureka wer hat uns die informationen geschickt genau hause nummer was ist hier unabhängig garantiert ist nicht wichtig grenzen haben sie wieder geschlossen auch sehr schön und anführer verstorben bei 77 jahren da kann man auch schon mal sterben nein möchte ich nicht abberufen müssen wir noch einen rekrutieren oder wie sehe ich das können wir aber wieder nicht ne kostet uns das wir sind schon langsam auf dem hohlen zahn hier terraforming die miss prime das liste nicht erneut anzeigen aha das kostet uns das auch wollen wir also auch nicht machen gut lassen wir weiter laufen einmal wieder hier rein gucken schauen wie weit wir hier oben schon mal sind sieht ja ganz gut aus da sind wohl einige schiffe angekommen es wird hier geforscht aber die forschen auch keine ahnung was das jetzt hier heißen soll da ist wahrscheinlich im rahm fehler noch drinnen es gab übrigens so ein kleines update das damit zusammenhängt ist dann die frage an die ther macht der fliegt jetzt natürlich dahin glaube ich ja wir kunden das system erstmal hier mit und schätzung also noch unser konstruktionsschrift zurzeit ist ok das fliegt gerade hier rüber ist auf dem weg dahin sagt er anführer verstorben ja das wissen wir schon können uns aber leider keinen leisten weil unser system irgendwie nicht funktioniert grenzen sind wieder geöffnet gut jetzt müssen wir mal nicht angreifst versprechen einladung weiß ich nicht würde ich nicht hier hat man noch was das war eine feind information hier erkundet forschungsschrift macht nix kann man denn hier haben wir hier erkundet nenne es ist ausgewählt jetzt nein so ich kann es aber irgendwie nicht erkunden wahrscheinlich weil da halt das rote kreuz ist da ne das können wir erkunden dann lass uns dahin fliegen damit wir schon mal weiter was machen gut konstruktionsschiff ist hier geht also auch voran da muss ich hin unser forschungsschiff geht jetzt an die richtigen stellen hier oben und dann kriegen wir gleich hier eine information darüber wie es hier aussieht na jetzt macht er erst den da karle welt die wird wahrscheinlich nicht bewohnbar sein das hier wird auch immer mehr schade schiffsunterhalt armee unterhalt stations unterhalte wird immer alles teurer ne planeten 20 stationen auch 20 gebäude unterhalt so jetzt müsste hier ein ergebnis bei rumkommen oder ne das ist so ein kleiner mond hier ne ok so jetzt müsste es gleich ergebnisse geben die vielleicht interessant sein könnten ja ok feuchtes klima und 90 prozent bewohnbarkeit wir haben wieder zu wenig hiervon ne komm dann nehmen wir mal an so ja jetzt haben wir hier natürlich keine von diesen teilen hier keinen keinen Einfluss unser Einfluss ist so schlecht sogar minus 2 da müssten wir jetzt mal politisch dran arbeiten ja aber wie das ist die frage ja da wollte ich jetzt nicht so wirklich da also da wollte ich schon hin aber gucken wir mal hier irgendwie ein Assourcenproduktion Einfluss ja gut ich denke mal da werde ich mich mal kundtun über unseren Einfluss erstmal steigern aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen für diese Folge soll es dann erstmal reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid bis dann tschüss ja das ist tor